servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ich hoffe ihr habt euch dieses wochenende nichts vorgenommen big 9.2 info videos incoming wir machen einen anfang mit ein paar eher allgemeineren themen wir haben über das ganze wochenende verteilt t-sets mounds weitere infos sachen zu neuen systemen legendaries und schieß mich tot es gibt jede jede menge und auf jeden fall wenn ihr da bock drauf habt abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht habt sind immer noch fast 70 prozent aller leute die hier zusehen haben den kanal nicht abonniert würde mich also sehr freuen also starten wir los mit erstmal dem start von 9.2 auf dem ptr es wurde gemunkelt gemunkelt dass das ganze online geht nach thanksgiving 2021 in den usa da das bei uns jetzt nicht so verbreitet ist 25. november ist das datum und ursprünglich oder die gerüchte besagten dass nach thanksgiving beziehungsweise nach dem thanksgiving wochenende oder am ende dieser woche der ptr beginnt ist aber wohl nicht so oder sehr sehr unwahrscheinlich da blizzard dazu einen blue post rausgegeben hat da sie selber diese woche wohl frei haben also beziehungsweise fast ganz blizzard wie es hier steht ganz activision blizzard da urlaub hat also ich würde sagen dann vielleicht letzte november woche erste dezember woche scheint wahrscheinlich was wir ebenfalls noch haben in diesem video ist zum beispiel ein neues model von sylvanas neue kätzchen form beziehungsweise eine neue reisegestalt für druiden die sehr sehr geil aussieht und zum nächsten thema da kommen wir jetzt erstmal zu ist der punkt ein inkubus modell mit patch 9.2 ist letzten endes nichts anderes als eine succubus gestalt für hexer ich glaube succubus ist ja weiblich und hier habt ihr jetzt das männliche pendant knapp bekleidet mit einem was ist das eine peitsche ja auf jeden fall nicht nur als damage pad zu gebrauchen sondern auch für alle beliebigen spielchen nach dem raid oder dungeon abend ja warum nicht sieht auf jeden fall ein bisschen hochauflösender auf übrigens noch der hinweis alle sachen die ihr hier seht deswegen berichte ich auch davon wurden von wow hat gedata meint also das ist nicht so dass blizzard gesagt hat oh guck mal hier habt ihr alle informationen sondern das mussten sich die leute selber raussuchen ähm dementsprechend props an die boys und girls da dass die so viel zeugs herausgefunden haben und ich denke wir werden auch noch bis in den montag reingehen und darüber berichten weil es einfach so viel ist ich habe trotzdem nicht so komplett wieder das so machen will wie früher mit so mega vielen videos am tag da split mir das lieber ein bisschen auf ja gut kommen wir zum nächsten punkt und das ist das neue sylvanas model wir hatten ja da schon mal einen screenshot gesehen wo gemut war es wurde aus dem neuen raid ob sylvanas das im hintergrund ist und tatsächlich das war sie das ist ihr neues model also wir sehen sie ist ja jetzt quasi in gefangenschaft der horde ihre augen leuchten nun nicht mehr rot hat ja in 9.1 ihre seele quasi wieder bekommen vom kerkermeister aber es ist klar ersichtlich dass sie nicht mehr ihre macht hat dementsprechend ihre rüstung weg stattdessen ja jetzt eher so gefangenen kleidung was mich interessieren würde ihre hautfarbe hat sich auch ein bisschen verändert was der grund dafür ist ob das wirklich auch da dran liegt dass sie weiß ich nicht quasi ihre macht vom jailer wieder bekommen hat oder ihre seele letzten endes ob das damit einher ging keine ahnung bin mal gespannt was ihm mit ihr passiert ich hoffe dass wir jetzt mein persönlicher wunsch dass sie nicht einfach stirbt und das wäre ja sie hat viel mist gemacht aber ich finde trotzdem noch dass man aus ihrem char story technisch einiges rausholen könnte und sie jetzt einfach weiß nicht zu sagen jo die horde hat entschieden du bist jetzt dead lol oder wir übergeben dich jetzt an tirando und mal furion und die machen dich dead lol das wäre finde ich zu einfach ich denke da könnte blizzard einen guten twist raushauen aber dafür müsste sich halt auch einen guten twist überlegen und ich weiß nicht ob das nach der shadowland story so wirklich realistisch ist egal kommen wir noch zur droiden reise gestalt ein cheetah model also letzten endes ich glaube das ist die übersetzung für gepaard ähm ja gepaard sieht echt ziemlich ziemlich cool aus und das wird eine neue reise gestalt sein wie man die jetzt bekommt ist natürlich noch nicht klar aber die wurde halt gedarter meint und finde ich sehr sehr sexy also das sieht schon ziemlich ziemlich nice aus muss ich sagen ich hoffe jetzt der schwanz steht nicht so gerade da nach hinten ab das sieht ein bisschen komisch äh als hätte der gute kerl da ein paar blaue pillen vor dem reiten geschluckt aber ansonsten gefällt mir gut vielleicht bekommen wir auch endlich mal eine hochauflösende eule ja der tauren nachtelfen und so weiter wobei das wäre vielleicht auch zu viel verlangt würde mich aber freuen wenn man da nochmal rangeht ähm weiß nicht andere droiden gestalten wurden ja schon mal überarbeitet wäre schön wenn es dazu auch noch kommt aber naja warten wir es mal ab in diesem sinne sind wir erstmal durch wie gesagt abonniert den kanal es wird viel viel dieses wochenende online gehen zu dem thema dazu auch noch ein paar gemixte sachen zur auflockerung ne können ja auch nur nicht in den harten news hat drin bleiben und damit schon mal danke fürs zusehen ich wünsche euch ein ganz tolles wochenende bis dahin reingehauen und zum bis zum nächsten mal